Hallo. Er fragt sich sicherlich, was ich für eine Behinderung habe. Ich wette, sie hat einen Autounfall. Er denkt bestimmt, ich hatte einen Autounfall. Ob sie wohl eine Beziehung haben kann? Er fragt sich bestimmt, ob ich in einer Beziehung bin. Tschüss. Schönen Tag. Das geht es dem überhaupt an. Und vor allem sind das wirklich nur Stigmatisierungen. Bis zum nächsten Mal.